bau mal hier ganz in die ecke ja genau alles klar dass wir da auf jeden fall was umzubauen können so natürlich schon mal das metall in den schrank ich tue steine in den schrank das bett kohle ja noch 80 feuersteine zack bisserl holz hier keratin ist schon mal drin noch ersatz spittacke so ihr wart hat mich narkotisiert hier ist einer genau bei unserem boot hinter uns okay warte ich komm ja mr kartoffel level 60 ich bin eingeschlafen und er auch hier läuft man zweiter um schade er sagt mich bist du nur eingeschlafen ich bin tot und so kommt schade mr kartoffel alles klar auch zu gut dazu schön gewesen aber noch haben wir ja nicht gehabt nee aus alles alles gut der war schon level 60 nicht schlecht nicht schlecht ja jetzt mal wiederbeleben beim bett oder nicht ja mach mal egal was soll's ich jetzt nix da womit ich eben schneller bauen kann gut dann gehe an den schrank baue mal bitte das zweite bett auf dass ich auch rauskommen kann bauste quasi das ehebett ja ok und pass auf nicht wir werden ja ok jetzt hat er mich komplett zerhackt er ist da ja ich könnte jetzt theoretisch wie spawnen ich kann beim bett rauskommen kannst du ja ich bin nicht beim bett rausgekommen wo bin ich denn ich weiß wo ich bin gut sehr gut irgendetwas hackt er da noch ein vielleicht kriegen wir hier noch ach das bist du ich schreck mich doch nicht so ja der hat der hat da vorne immer noch ja auch das tier was ich da habe ja gerade ein wie doof guck vielleicht können wir uns ja eben bis jetzt schnell aufbauen siehste wo ist er hin er müsste eigentlich da noch irgendwo in der gegend rum rennen ja der fährt mit dem floß weg aber so gerade gerade schade npc auf der insel wir müssen weiter ok ich lauf hier rum und sammeln npc sind hier ja lass es abhauen sie schon wieder zahlen bist du das auch so ein mpc ist direkt vor dem floß und milch ich nicht los doch war weiter kommt wird eingeschlafen scheiße jetzt liegen hier los da hat er mich betäubt der im pc hat mich betäubt leute das geht echt krank los der war am meer also der ist durch die bucht gefahren so ich kann noch nicht am bett spawnen wahrscheinlich hat es noch cool down ich werde jetzt warten und werde am bett raus kommen so weiter geht es hier wo ist mein loot wo ist mein loot hoffentlich ist der npc weg irgendwo hier vorne bin ich gestorben der npc ist immer noch da oder was okay die greifen gerade schildkröte an so liegt ich hier irgendwo angegriffen von wem weiß ich nicht kann ich dir so nicht sagen er ist mit der bohleiter uns her oder hinter mir rennt jetzt wieder weg oder hätten sie ich auch noch zwei laufen ich finde meine leiche nicht ist das im dreck doch dann vermisst der kartoffel war das ein einfaches los was er hatte ja ganz einfaches dann war er das ich komme zu floß aber ich finde mein loot nicht bis ich wieder alles zusammen habe spere und so weiter vergeht ja eine halbe ewigkeit da läuft nacktarsch problem ist immer man weiß wie ist er jetzt npc oder gegner nur eine wand aber ich bin doch hier irgendwo gestorben wo ist das denn da sehe ich zahlen aber hier sind alles voller npcs hier liegst du ich nehme einfach mal deins zack so ich nehme die beine in der hand so ich komme rüber zu dir da bist du weit ich komme ja weil ich ja da ist hier mit der kartoffel npcs greifen an jawohl und weg ich habe eine wand hast du tun würde ich könnte ich nur eine wand machen ich schaue mal eben ja wollen wir ihn jagen oder nicht herstellbares strukturen holz ganze bohme und pfeile machen muss man gucken ob ich eine wand bauen kann hier man erst bohme und pfeile dann kannst du den vor und weg machen ich habe ich habe einen bogen so 5 ja der ist der ist der schneller wie wir warum ja weil er wahrscheinlich weniger drauf hat so kommen den holen wir uns fahr weiter ja irgendwie lecker also wahrscheinlich festgegangen der fährt jetzt daheim wo die npcs sind da wird da nicht froh sein doch von der anderen seite rum versuchen oder fahren lassen nee nee wir jagen den fahr mal links rum genau so da wird er hier gleich begegnen bei der gedreht da kann außer da haben wir mal wo ja alles klar er dreht ja und das war sein fehler das hat die zeit gekostet ich treffe ihn nicht wir müssen näher an irgendwie ja aber vergessen man kann man nicht ich glaube ich auch nicht stehen bleiben jetzt bei mir stecken die pfeile alle im strang ich kann ja nicht treffen das ist so holprig ja aber brauchen wir jetzt noch eine halbe stunde unter drei fahren oder ja muss auch verfolgt ihn noch einmal hier rum dann warte ich ja fahr mal weiter er wird ja gleich irgendwie an land gehen ja dann jetzt geht er an land ich treffe ihn nicht das gibt es doch nicht das ist nicht schlimm wenn das gut sein das ist nicht schlimm wenn das gut sein jetzt habe ich ihn getroffen super ist der bogen kaputt komm schnell reparieren wenn es geht wo ist der bogen da zack bogen 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 wo ist der bogen bogen reparieren und genau wenn du 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 Jawohl, getroffen. Doch nicht. Jawohl, nochmal getroffen. Komm schon, erst schon so nahe. Treffe ich nicht, das ruckelt so, ey. Ja, schlimm. Hier, da läuft noch einer. Ach, das ist ein Kumpel. Okay, komm, aussteigen. Wolltest du hin, oder was? Ja, sicher, komm, die machen wir Plug-Dates. Wir sind beide nackt, das ist hier schon klar, ne? Ich hab keinen Bogen und nix. Hast du Speere? Ja, nein. Ich bin eingeschlafen, das gibt es nicht. Sofort. Alter. Ja. Ja. Ja, Kartoffel, alles klar. Oh, 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 das darfst du ja keinem zeigen, ey. Okay. Okay, ich habe 50 Sekunden. Geht auch. Ja, man muss sich erst in Ruhe aufbauen und dann, weil so ist dann wieder, oh. Ich meine, gut, er war in der Nähe, hat uns angegriffen, NPCs greifen ständig an, was willst du machen, ne? Wir suchen uns jetzt ein ruhiges Fleckchen und dann... Ja, lass erst mal ein Stückchen fahren. Lass uns mal, lass uns mal, ähm... Und zu Schneebio? Da gucken wir wohl irgendwo... Ne, lass uns mal hier unten Südküste ganz in den Westen fahren, auf diese geteilte Insel da, ja? Ja. Ja. So, ich habe noch drei Sekunden, dann komme ich wieder raus. So, wiederbeleben by bed. Ja, natürlich nicht im Bett, ich verstehe das, wieso nicht im Bett. Ich wähle das Bett aus, er sagt respawn by bed und es klappt nicht. Ich bin auf der Steininsel. Da, wo wir uns getroffen haben? Ja. Wollte ich dich abholen? Ne, ich lasse mich umbringen, warte. Okay. Sehr gut. So, wiederbeleben by bed. Warte, ich warte, bis du aufgestanden bist. Alles klar. So. Lass uns den Lutschreiber holen. Ja, können wir machen, aber am Strand sind die los. Aber. Und unter uns sind Quallen. Ja. So, auch nicht schlimm. Äh, schlecht. Äh. Wollte ich mich erst mal stellen, dann sieht man uns nicht gleich so. So. Schauen, was hier drin ist. Zack. Äh, Leder, Steine, Holz. Naja. Besser wie nichts. Besser wie nichts. So. Jetzt wollen wir hier mal wieder ein bisschen aufrüsten hier. Genau. Und, äh, die Wand zu hier. Sonst kann hier jeder Hans und Franz rein. Ähm. Ähm. Herstellbares. Strukturen. Holz. So kann ich eine Wand. Naja. Was fehlt mir? Holz natürlich. Aber Holz ist im Schrank. Nein, Holz ist nicht mehr im Schrank. Ja. Aber da ist ein Spitzhack auch nicht mehr. Verdammt. Wir haben wieder alle Ressourcen verbraucht. Zack. Überbauen. Ja. Super. Läuft ja. So. Ups. Teil gleich in der Schrank sein. Oh, aber schon 31. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was 31? Metall. Okay. Ähm. 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 So. So. War schon wieder 12 Speere. War auch. So. Ich brauche eben schon noch ein bisschen Eisen. Fehler warst du dran. Was denn? Hübsch. So. Kann ich eine Wand bauen? Ja, ich kann eine Wand bauen. So. Zack. Und zu. Ich habe eine Wand gebaut. Ja, habe ich. So. Benutzen. Zack. Und zu. So. Jetzt sind wir safe. Erstmal. Ach. Hey. Ehrlich. So. Ähm. Ja, hier. Bärenessen. 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 Oh. Oh. Ernst. Oh. Ernst. So, acht Bolas. Ein Bogen. Und Pfeile natürlich, Pfeile, Pfeile, Pfeile. Waffen, Munition, Pfeile, nur zwölf, schade. Das passt, so, was kann ich denn noch herstellen? Strukturen, Herstellbares. Was fehlt mir denn für den Schmelzofen? Nur Leder, okay. Schon mal kurz, hast du noch Leder? Nee, ne? Haben wir ja im Schrank Leder. Ich habe 57 Leder gerade. Oh ja, gib mal her, dann kann ich schon gleich eine Forge bauen. Ja, warte, Moment. Gleich bei dir. Dann brauchen wir am besten noch einen zweiten Schrank. Läuft's doch schon wieder ein bisschen. Mal ich dir in den Schrank rein? Ja. Teil. Ist die Tür mit dem Pin verschlossen? Nee, die Tür ist, glaube ich, nicht mit Pin. Nee. Naja. Mal an, mach zu. Äh, schnupp. Leder, 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 Leder. Da ist Leder. Herstellbares. Äh, ach scheiße. Mir fehlen noch sechs Leder. Okay. Guck mal eben, ob ich so ein kleines Vieh töten kann hier. Ob hier vielleicht ein Dodo rumläuft oder was. Nur so ein Wal raus. Ja, und Prime Dodo müssen wir auch dann besorgen, ne? Jupp. So, da haben wir Leder. Oh. So, hergestellt und einen Mortar habe ich auch schon hergestellt. Super. Sollen wir gleich noch eine Forge herstellen? Können wir machen, ja. So, äh, Forge, stellen wir mal hier hin, so warte, äh, bop, 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 die Forge benutzen, zack, zack, zweite Forge könnten wir direkt daneben stellen, dann bauen wir hier noch einen Schrank hin, wir gucken, kann ich noch einen Schrank herstellen, ähm, Holzlager, ne, äh, für die Marken machen wir da einfach die Kiste. ¿Were gucken das, äh, für die Marken machen wir da einfach? Untertitelung des ZDF, 2020